Nach Montsak geht es zum Nachtrennen nach Singapur und damit hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einer weiteren Folge der F1 Grand Prix Vorschau. Heute mit der Vorschau für den anstehenden Singapur Grand Prix. Die Streckendetails. Am 22. September beginnt die 12. Ausgabe des Singapur Grand Prix. Die Rennstrecke verfügt insgesamt über 23 Kurven. 14 Linkskurven und 9 Rechtskurven. Vom Start bis zur Kurve 1 sind es 200 Meter. Auf der gesamten Rennstrecke fährt man zweimal im achten Gang. Insgesamt 80 Gangwechsel gibt es pro Runde, zusammengerechnet 4880 im Rennen. Die Boxengasse hat eine Länge von 411 Metern und dort wird höchstens 60 kmh gefahren. Die Wahrscheinlichkeit aber in der Safety Car Phase liegt bei 100%, der Vollgasanteil liegt bei 48%. In den bisher 11 Ausgaben des Singapur Grand Prix gewann 8 Mal der Polesetter, was einer Quote von 72,7% entspricht. Der Bremsenverschleiß wird als hoch angegeben und der Reifenverschleiß als mittel. Gefahren wird 61 Runden lang gegen den Uhrzeigersinn bei einer Gesamtrennendistanz von 309,194 Kilometer. Die Streckenlänge beträgt 5063 Meter. Die DRS-Zonen sind die Startzielgerade zwischen den Kurven 5 und 7 und zwischen den Kurven 13 und 14. Die Siegerstrategie von 2018 war eine Hypersoft-Soft-Strategie von Lewis Hamilton. Schnellster Pilot im Feld war Kimi Reykjönen mit 313,9 kmh. Die schnellste Rennrunde ging an Kevin Magnussen mit einer 1,41,905 gefahrenen Runde 50. Die Führungsrunden könnt ihr hier in dieser Grafik sehen. Schnellster Boxenstopp war der von Valtteri Bottas. Seine Zeit war eine 28,542 in Runde 16. Seine Standzeit war eine 2,45. Die schnellste Standzeit schaffte die Crew von Lance Stroll mit einer 2,20 in Runde 40. Die durchschnittliche Geschwindigkeit des Siegers lag bei 166,578 kmh. Der Rundenrekord im Rennen ist eine 1,41,905 gefahren von Kevin Magnussen aus dem Jahre 2018 mit seinem Haas Vf 18. Der Rundenrekord in der Qualifikation fuhr Lewis Hamilton 2018 mit einer 1,36,015 in seinem Mercedes W09. In Singapur werden die Mischungen C3 der harte Reifen, C4 der Medium und C5 der Soft Reifen gefahren. Wer welche Reifen für das Wochenende gewählt hat, könnt ihr hier in dieser Grafik sehen. 2018 wurden die Mischungen Hypersoft, Ultrasoft und Soft gefahren. Wichtiges zum Setup. Anhand der vielen 90 Grad Kurven braucht man viel mechanischen Grip. Die Boliden setzen regelmäßig auf und es kommt zum Funkenflug. Von daher werden die Autos hoch und weich in den Federn abgestimmt. Die Bremse wird wegen der Außentemperatur und dem Wiederbeschleunigen des Boliden immer wieder gefordert. Auf die Motorleistung kommt es nicht wirklich drauf an. Eher auf den sehr hohen Anpressdruck und gute Traktion. Schwierige Kurven Kurve 7 Der Fahrer kommt mit hoher Geschwindigkeit angeschossen und muss auf die Track Limits ausgang Kurve 7 aufpassen. Bei Überschreiten gibt es eine Zeitaberkennung oder eine Verwarnung. Kurven 11 bis 13 Hier geht es besonders eng zu und es droht eine Unfallgefahr. Kurve 18 Wenn man dort den Bremspunkt verpasst, landet man in der Wande. Kurve 20 Hier sollte man auch wegen der Track Limits aufpassen, da das gleiche Schicksal wie in Kurve 7 droht, wenn man zu weit nach innen und anschließend nach außen fährt. Der Zeitplan Hier sind die offiziellen Trainings, Qualifikations- und Rennzeiten. Besondere Vorkommnisse 2008 Premiere in Singapur mit einem Crashgate-Skandal Nelson Piqui Jr. fährt seinen Renault Boliden absichtlich in die Mauer, damit Teamkollege Fernando Alonso später siegt. Später wurde alles aufgedeckt und Teamchef Flavio Briatore und Chefingenieur Pat Simmons verließen das Team. Noch vor dem Rennen haben die beiden den Brasilianer gefragt, ob er diese Aktion machen wolle, worauf er aufgrund der ungewissen Vertragslage zusagte. Doch die Telemetriedaten zeigten, dass der Unfall Absicht war. 2010 brannte der Caterham von Heikikova Leinen auf der Startzielgeraden, der selber sein Fahrzeug löschte. 2012 kam es zu einem Auffahrunfall von Michael Schumacher in Kurve 14. Dabei erwischte er den Toro Rosso von Jean-Éric Verne. Der siebenfache Weltmeister bekam für das nächste Rennen eine Rückversetzung von zehn Positionen in der Startausstellung. Ebenfalls 2012 kam es zu einem knallharten Duell zwischen Bruno Senna und Philippe Massa. Der Ferrari-Pilot fuhr an der Anderson Bridge am Williams-Pilot vorbei, wo es durchaus sehr eng war und er beinahe das Auto verlor. 2017. Carlos Sainz fuhr im Toro Rosso von Startplatz 10 nach einem tollen Rennen auf P4. Seine beste Saisonleistung und gleichzeitig auch sein bestes Karriereergebnis. Die bisherigen Sieger des Singapur Grand Prix. Hier ist eine Auflistung der jeweiligen Sieger in Singapur seit dem Jahr 2008. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, liked das Video und wenn noch kein Abonnent dieses Kanals ist, abonniert diesen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao!